Leidenschaft sieht anders aus. So richtig kriegt der Markt den Popo nicht hoch, es soll einfach noch nicht so richtig sein. Es sieht nicht negativ aus, aber eben auch nicht wirklich begeistert für nach oben und man hat so ein bisschen den Eindruck, das Ganze läuft sich nach oben tot. Ja, und wenn es nicht mehr nach oben geht, dann wäre wohl abwärts angesagt. Gucken wir uns das nochmal an, was wir gestern so ein bisschen angesprochen haben, einfach um ein bisschen in der Sache zu bleiben. Das ist der Nasdaq Future für all diejenigen, die entsprechenden Kontrakte handeln. Gegebenenfalls müsstet ihr das übersetzen auf eure Preise. Wir haben 80 Prozent der Bewegung gesehen, die wir hier durchaus hätten erwarten können. Die 100er-Marke mit der Überlegung, die ich mal angedeutet habe hier, das ist jetzt kein echter vorgeschlagener Trade, sondern nur einer, den ich mal so erklärt habe. So könnte man ihn ausgestalten. Wäre der Stopp jetzt hier gerissen, man hätte immerhin deutlich mehr noch gewonnen, als man riskiert hätte, wenn man den engen Stopp gewählt hätte. Und wäre also offensichtlich jetzt nicht mehr auf der Long-Seite mit dabei, weil es einfach nicht den Vortrieb hat. Also verhungert auf halber Strecke zum Target ist insofern auch nicht wirklich begeisterungsfähig, was wir hier sehen. Na gut, lassen wir das mal so auf uns wirken. Im 5-Minuten-Chart hat man den Eindruck, dass die Abwärtsseite heute sehr stark dominiert. Das ist euch wahrscheinlich schon auch aufgefallen, nachdem der Kurs so runtergegangen ist. Das wiederum gibt allerdings die Chance, vielleicht sogar nochmal auf die Short-Seite mit aufzuspringen im Laufe des Nachmittags oder abends, vielleicht vor dem Wochenende. Es kann durchaus sein, dass der eine oder andere sagt, naja, aber das Wochenende jetzt Risiken halten, muss das unbedingt sein. Ich gehe lieber nochmal raus, nehme mit, was ich die letzten Tage nochmal an Anstieg gesehen habe und freue mich drüber und dann gehe ich raus und gucke mal, was nächste Woche da wieder Frisches in den Markt kommt. Also für die ganz kurzfristigen unter euch, aktuell die Abwärtsseite, die bestimmende. Ich würde mich nicht wundern, wenn das jetzt tatsächlich so bleibt, dass wir nach diesem ersten, so war ich mir locker vorstellen, dass wir im Laufe des Abends auch nochmal im Laufe des Nachmittags abends irgendwo 13.350, 60 hier irgendwie sowas sehen. Wäre jetzt gar nicht so abwegig, selbst wenn das zwischendurch nochmal wackelig hochkommt im Sinne einer Korrektur, dann wäre das durchaus noch passend. Anschließend allerdings so oder so, also es muss nicht zwingend jetzt auf diesem Niveau sein, aber das sind so Orientierungsmarken. Man wird ja häufig gefragt, das ist aber wenigstens ungefähr. Ja, und dafür hilft das. Also das ist nicht, dass an der Marktmarke hier der Kurs jetzt zwingend dreht. Also bitte jetzt nicht überinterpretieren dieses Ding. Aber wenn man schon mal überlegt, ja, wenn wohl eine Pause wäre, wo würdest du die dann ungefähr mal vermuten, dann würde ich sagen, hier und da hängt es jetzt dann davon ab, ob die Marktteilnehmer sagen, na, hier komm, wir haben die Faxen dicke, dann geht es entweder sogar noch durch oder zur Not wird es vielleicht auch noch wackelig nach oben gehen und dann wisst ihr, ja, wenn wir hier vorher eine starke Abwärtsseite haben, wackelig hoch, dann sind das alles Überlegungen für Fortsetzung noch mal runter. Also eben nicht die Longseite, die sich daran eben anschließen kann. Das kann sich allerdings durchaus für nach das Wochenende dann noch hinziehen. Das werden wir dann noch mal wahrscheinlich abwarten müssen. Wenn der Markt wirklich sagt, naja, so schlimm ist es doch nicht. Wenn die Marktteilnehmer sagen, warum waren wir jetzt eigentlich runtergegangen, gab es da jetzt irgendwas, was das wirklich notwendig macht, dann wäre an dieser Stelle der Zeitpunkt, wo man sagt, ach komm, so schlimm ist es nicht, dann lass uns doch mal wieder einkaufen, jetzt ist es doch günstig. So günstig hatten wir es schon lange nicht mehr. Also an dieser Marke dann einen starken Anstieg, gefolgt dann von irgendwann mal was Korrektiven nach unten. Also achtet immer drauf, auf welcher Seite ist der starke Move, auf welcher Seite ist der schwache Move. Starke Move, möglichst wenig Überschneidung, idealerweise gar keine, wenn es nicht unbedingt sein muss. Fünffälligkeit ist etwas, was sehr typisch wäre, das haben wir sehr regelmäßig. Dann wisst ihr schon mal, dass das eigentlich eine ganz verheißungsvolle Geschichte ist. Also nur mal als Beispiel eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, überlappungsfrei hier, wenn auch knapp, aber zumindest überlappungsfrei hier das Ganze. Dann habt ihr hier irgendwie so ein Dreiwelle nach oben und dann ist die Vorerahnung, sage ich jetzt mal, dass der Kurs nach unten wegbricht. Trigger dafür wären dann die entsprechenden Einstiege. Das ist jetzt eine Olle Kamelle, das hat er ja schon gemacht, aber wir werden möglicherweise im Laufe des Nachmittags ähnliche Szenarien noch mal sehen. Deshalb haltet entsprechend Ausschau und die Marke, das ist das Tief vom 11. Mai, 16 Uhr, was haben wir da, 35 in etwa, 46 hier etwa, da das Tief. Das wäre eine, wie ich finde, durchaus interessante Marke, wie die Marktteilnehmer da reagieren. Geht es durch, dann bleibt es vorläufig bei der Short-Richtung. Das hilft einem vielleicht nicht mehr zur Trade-Eröffnung. Also ich würde nicht an der Stelle einen Short eröffnen. Der Markt ist dann ja schon weit gelaufen. Es gibt dann viele Spezialisten, die dann sagen, da gehe ich hier Short, hast ja auch gesagt, es geht weiter runter. Ja, dann übertreibt er, macht dann seine tapfere Gegenbewegung, dann wird man dann wieder ausgestoppt und danach fällt er dann erst. Also da müsste man ein bisschen vorsichtig sein. Das ist nur eine Orientierungsmarke. Das ist hier kein Trigger für mich. Anders wäre es allerdings, wenn der Kurs dann jetzt diesen Fünfweller runter macht, anschließend A, B, C in die Mitte dieser Abwärtsbewegung, also dieser Abwärtsbewegung wieder hochkommt. Dann ist das Zwischentief, nicht das absolute Tief, das Zwischentief, ein Trigger für mich, um dann ungefähr sowas oder vielleicht sogar noch mehr zu erwarten. Das werden wir dann sehen. Aber das ist dann ein Luxusproblem. Wenn ich da oben Short bin und der Kurs irgendwo hier ist, dann ist erst mal die Kuh vom Eis. Dann kann ich dann gucken, ob ich sage, okay, ich nehme Gewinne mit, ziehe den Stopp nach. Aber egal wie ich mich entscheide, das wird dann keine Katastrophe mehr werden. Ihr seht, so richtig begeistert für die Long-Seite bin ich aktuell nicht. Eine Entscheidungsmarke habe ich euch hier genannt. Da würde ich mal drauf gucken. Wird er da abprallen, nach oben, im Schub nach oben sich entwickeln? Dann kann man natürlich gucken, ob man da einen Zwischenlong einsetzen kann, so wie wir das ganz häufig schon besprochen haben. Wie sieht es beim S&P aus? Naja, Begeisterung? Ne, nicht wirklich. Ja, schaut euch das mal an. Da haben wir schon drüber gesprochen, dass das ein ziemlicher Rohrkrepierer war, hier an der Stelle zu viel Wasser getrunken. Also Rohrkrepierer, ich lasse es, glaube ich, hier. Ihr wisst schon, irgendwas, was krepiert ist und mit Rohren zu tun hat, da nach oben durch. Der wollte einfach nicht. Dann hat er gesagt, ich gehe nach unten weg. Dementsprechend, theoretisch wäre jetzt das schick gewesen, aber haben wir ja schon gesagt, hat er ja nun nicht gemacht. Das war jetzt nur nicht eine neue Nachricht, dass das nichts mehr wird. Und dementsprechend, also wenn das alles ist, was er drauf hat auf der bullischen Seite, dann muss man sich nicht wundern, dass da die Anschlusskäufe ausbleiben, weil die anderen sagen, wenn ihr da vorne nicht mitmacht, dann muss ich in der zweiten Reihe nicht mit Käufen nachrücken. Also insofern die bullische Seite. Aktuell, ich rede jetzt nicht für immer und ewig, aber aktuell, weil viele ja dann sagen, wie kannst du nur, es geht doch seit Wochen nach oben, mal Monaten hier, seit September, Oktober, eigentlich in Amerika, seit Oktober geht es doch nach oben. Was schimpfst du denn immer? Nee, mir geht es jetzt hier bei den Nachmittags-Updates um das nächste Bild. Ja, kann ja sein, dass es nächste Woche oder übernächste Woche wieder ganz anders aussieht, aber aktuell ist das nicht kaufmotivierend. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr da drauf guckt und sagt, finde ich total super, ich kaufe jetzt. Das müsst ihr natürlich entscheiden. Ich empfinde es zumindest mal nach unseren Chart-technischen Modellen nicht als besonders sinnvoll, da jetzt auf der Long-Seite mit dabei zu sein. 15 Minuten Chart oder gehen wir ruhig hier auch auf den 5 Minuten, um fährt zu bleiben. Gleiches mit Gleichem hier. Dann sehen wir, dass wir hier natürlich ein grundsätzlich ähnliches Bild haben. Das mit dem Fünfweller da vorne ist schicker gewesen beim Nasdaq. Wenn nämlich also zwingend einen von den beiden zu handeln, dann würde ich ganz klar im Moment den Nasdaq bevorzugen, weil dieser hier ein etwas unsauberes Bild hat. Stark nach unten ist der auch. Man hat jetzt nicht wirklich den Eindruck, dass es jetzt mega korrektiv ist, aber wie gesagt, das Bild beim Nasdaq war besser. Deshalb will ich hier jetzt gar nicht versuchen, das alternativ einzuzeichnen. Es gibt zwar immer wieder Spezialisten, die sagen, nee, ich handel lieber den S&P. Alles völlig in Ordnung. Ich mache das halt so, dass ich sage, wer hat das sauberste, das klarste Bild und da ist die Chance, dass es sich entsprechend dann so auflöst, auch immer am größten. Deshalb hier jetzt nicht mein Darling und die Long-Seite sowieso. Aktuell zumindest meine ich. Das könnte sich ändern. Was müsste sich ändern? Eine Bewegung, die so aussieht, gefolgt von so etwas, überzeugt mich immer mindestens zu einem Zwischenlong. Wir hatten darüber gesprochen, dass das nicht immer positiv ist. Aber es hat regelmäßig die besseren Wahrscheinlichkeiten und regelmäßig die besseren Chancen-Risiko-Verhältnisse. Und diese Kombi ist durchaus eine sehr, sehr attraktive. Denn sie heißt, dass der Erwartungswert dieser Trading-Ideen positiv ist. Nochmal zur Erinnerung, weil viele dann immer sagen, ging aber nicht gut. Ja, Erwartungswert heißt, dass bei einer Vielzahl von Trades der durchschnittliche Gewinn so und so aussieht. Also der durchschnittliche, nicht der einzelne Gewinn. Einige sind enttäuscht, dass man wie, wie jetzt negativ, das geht auch. Ja, das gehört einfach mit dazu. Aber ihr wisst ja, wenn ihr 10, 15 oder 50 Trades macht, dann könnt ihr ziemlich typischerweise sagen, mit der Wahrscheinlichkeit, dass die Summe daraus positiv ist. Auch wenn da mal 2, 3, vielleicht auch am Stück sogar negativ waren. Das ist überhaupt gar keine Aussage. Traden ist eine Massenentscheidung und nicht ein Einzeleffekt. Ja, gehen wir mit der Masse, mit dem Dow Jones. Der ist immer noch auf der Abwärtsrichtung. Eigentlich gibt es ja gar nicht viel zu sagen, denn wir hatten es angedeutet, da soll er hin. Da unten in diese Box rein. Das wäre 33.000, 33, 32.600 vielleicht. Irgendwie sowas in der Richtung. Würde mich nicht wundern, wenn wir da noch irgendwie hineiern würden. Ist ja im Moment auf dem besten Weg. Wenn dann ein bisschen Zeit dabei verliert, ist auch nicht so schlecht. Viele von euch wissen, dass wir immer so ein bisschen die Zeit im Auge behalten und ich möchte, dass der Anstieg, dass der Anstieg, das war von hier bis da und ergibt dann eben diesen Winkel und der Rücksetzer dann nicht schneller ist. Deshalb war mir dieses Tief nicht geheuer als ein Ende der Abwärtskorrektur, denn das ist einfach zu weit weg von diesem gleichen Winkel hier wieder nach unten. Jetzt kann man sagen, Winkel, was ist denn das für eine Aussage? Ja, das ist natürlich ein Hilfsansatz. Das ist schon richtig. Aber die Aussage dahinter ist, soll die Korrektur mit einer mehr Geschwindigkeit, mit einer höheren Dynamik sein als die eigentliche Trendbewegungsrichtung? Klingt irgendwie doof, oder? Und das ist die Motivation, warum ich sage, wenn das der Fall ist, ist das Ganze fischig. Und wenn es nach Fisch stinkt, dann sollte man da an der Stelle wahrscheinlich eher noch mal warten. So, also bevor wir über Fischköpfe nachdenken, Rücksetzer in diese Richtung hier unten wäre noch mal eine ganz geschickte Geschichte. Dann hätten wir die Bedingung, dann wären wir allerdings auch dreiwellig, sprich korrektiv unterwegs und dann würden Anstiege später über dieses Zwischenhoch anschließen. Also wie gesagt, erst da unten hin irgendwo und danach wäre das die 33.860. Ich wiederhole, danach erst runter, sonst ist das ja hier kein echtes Zwischenhoch. Dafür muss man noch einen tiefer machen. Also da irgendwo rein, unter dieses Tief, was wir ja vom 4. Mai hatten und dann wäre das hoch vom 10. Mai, hier irgendwo in der Ecke. Ja, das wäre dann der entsprechende Trigger für einen Einstieg auf die Long-Seite. Eigentlich passt es mir ganz gut, dass wir hier im Tageschart ja sowieso auf Pausenmodus sind. Da haben wir mehrmals drüber gesprochen. Über die Genauigkeit einer solchen Indikation muss man wirklich immer nachdenken. Deshalb als echtes Handelssignal bin ich nicht so super begeistert von Indikatoren. Aber es gibt zumindest mal Pause an, Stünde an. Haben wir schon lange darüber gesprochen. Und das würde wunderbar mit diesem Bild zusammenpassen. Dann soll er hier noch mal tapfer ein bisschen Zeit totschlagen. Das sollte er ja sowieso. Und dann haben wir hier die besten Chancen, dass er dann sagt, oh, ich wäre jetzt auch wieder so weit. Wollen wir wieder. Und das wäre dann eigentlich ein multiples Bild, was für eine Wende nach oben spricht. Also ich bin gar nicht so negativ drauf. Bitte heute Nachmittag nicht unbedingt. Zumindest nicht mit dieser Aussicht, die wir jetzt hier unbedingt im 5-Minuten-Chart haben. Also Erwartungshaltung. Es sollte in den nächsten vielen Stunden, das kann sich aber noch bis in die neue Woche reinziehen, sollte es nach unten gehen. Halte ich für sehr typisch, für sehr realistisch. Und wenn er zwischendurch wackelig hochkommt, bieten sich Zwischenschorts nochmal an. Nur wenn er jetzt auf einmal, vielleicht gegen meine Erwartungen. Das kann ja passieren. Aber sowas nach oben macht, korrektiv nach unten. Heute hat das aber drauf hier. Ich weiß keine Ahnung. Irgendeiner in meinem Computer ärgert mich. So, da haben wir das. Wenn es so einen Rücksetzer gibt, in die Mitte rein. Blaue Kiste hier. Das könnt ihr dann selber zeichnen nochmal. Wäre das Zwischenhoch. Dann natürlich vorläufig erst nochmal die Erwartungshaltung, dass sowas von hier vorne da hinten nochmal passiert. Aber da erzähle ich euch nichts Neues. Wenn ihr die Videos regelmäßig guckt, habt ihr ziemlich klar eine Idee, worauf ich da gucke. Was macht der DAX heute? Naja, der DAX ist im Feierabendmodus. Da geht es jetzt die nächsten paar Minuten nochmal ein bisschen hin und her. Das ist der DAX Future. Der wird natürlich noch mit den Amerikanern heute Abend ein bisschen weiter unterwegs sein. Machen wir uns aber nichts vor. All das, was dann 19, nein 17, 30 unterwegs ist, all das wird definitiv von Amerika gesteuert sein. Also nicht irgendwie was DAX-gesteuertes. Aber wenn es dann eh aus Amerika kommt, dann handele ich doch lieber den amerikanischen Markt. Ich bin also um diese Uhrzeit nicht mehr der große Freund, den DAX zu handeln. Insgesamt bleibt es auch hier, dass die Box, die wir mehrfach schon erwähnt haben, ungefähr vom Bereich 15.700, 15.500, von mir aus 550 hier so in der Richtung, würde mich nicht wundern. Würde ja auch passend zu den anderen Szenarien. Wenn die anderen Indizes runterkommen, kann er ja auch nochmal. Nur das 22. März hoch sollte er idealerweise nicht durchstoßen. So, ihr solltet jetzt so langsam ins Wochenende vorstoßen. Vielleicht noch ein paar Trades, wenn ihr es für richtig haltet, heute nochmal machen. Wenn ihr sagt, nein, in meinem Zeitrahmen, den ich mir vorgenommen habe, kommt das heute nicht mehr vor, ist das völlig in Ordnung. Dann genießt das Wochenende, nehmt die Einschätzung vielleicht mit in die nächste Woche und überlegt, ob ihr daraus etwas Sinnvolles machen könnt. In diesem Sinne euch alles Gute, liebe Grüße. Am Montag, schon mal eine kleine Ankündigung, bin ich auf Reisen. Viele von euch wissen das, ich bin in Bangkok aktuell, werde am Montag nach Tokio fliegen, bin deshalb am Montag nicht in der Lage, live irgendwie was hier für euch, also am echten Chart aufzuzeichnen, denn da bin ich unterwegs. Und auf was viele nicht glauben, auch von Bangkok aus, ist es alleine Flugzeit schon sechs Stunden. Also insofern ist Tokio, man denkt dann immer, naja, das ist doch da hinten alles zusammenliegend. Ne, das zieht sich dann schon nochmal und wer schon mal in Bangkok war, weiß, dass man auch, egal wo man ist, zum Flughafen eine gute Weile braucht. Na gut, also Montag gibt es dann etwas Besonderes, was ich am Wochenende für euch vorbereiten will, das werdet ihr dann am Montag angucken können, als kleine Ersatzleistung zu den Updates am Nachmittag und ab Dienstag wieder ganz normal dann auch mit Chartbildern. In diesem sende ich euch alles Gute, ganz liebe Grüße und bis nächste Woche.